Hallo, guten Tag, ich bin Bisto Rix, ich bin Künstler, ich komme aus Kolumbia, Südamerika. Meine Deutsch ist nicht gut, ich hoffe, dass du kannst verstanden, ein bisschen meine Idee. Ich denke, der Dave Festival ist der beste Platz in Dresden für die elektronische Kulturmusik und in dieser Zeit, ich arbeite in einem Projekt, das heißt Spooky Brundanga Poem, elektronische Poem. Es ist eine Installation mit Live Music, es ist eine performative Installation. Es hat zwei Magnetofon zusammen und einen Synthetizer und zwei T-Beamer, Projekte Audiovisual. Objekte, elektronische Objekte, Staff. Das ist der Konzept, ist ein futuristischer Maler, das ist eine Landschaft, ist Ambient Music, elektronische Techno, Ambient Drum Music. Ich bin ein Schaman, Schaman auf Klang, Schaman auf Sound. Und für mich ist die Musik, ist alles. Der Musik, der Sound ist die Partikel. Und diese Partikel ist der Beginn von alles, der Universum, der Kosmos, dieser Kosmos, Nets, Fungi, alles in dieser Planung zusammen, in dieser Tape, in dieser Platz, in der Side Round, zusammen Farren, nach der Zukunft, oder andere Planeten, Trip und meine Ideen, so Simplicity, mit der Musik zusammen mit dem Video und dem Magnetofon, Analogik, Technik und Digital Technik, in Digital aufnehmen und dann Analogik mit dem Magnetofon und dann mit dem Mikrofon. Und diese surrealistische Idee ist ein futuristischer Maler, eine Landschaft. Ich hoffe, dass wir das in Dave präsentieren können. Du kannst in Musik, Elektronische Musik, in Internet, in YouTube, in Spotify, Bistu, Rigs, Badcamp, in YouTube, in Kassetten, Mixcloud, Soundcloud, Vinyl, Charblattem, die Musik ist alles, die Musik ist der Kosmos, ein Elefanten mit einem Auto zusammen, das ist der Poet, der Elektronische Poet. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020